Sie sind hier, 8. August 2018, 18.53 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, eure Mangala trug in Deutschland bereits das Trikot des VfB Stuttgart und von Borussia Dortmund Urheberrecht, die Images auch nach Saisonstart verstärkt der Hamburger SV weiter seinen Kader. Vom VfB Stuttgart kommt Mittelfeldtalent Eure Mangala auf Leihbasis zu den Rotosen. Der Hamburger SV hat für die kommende Saison Eure Mangala vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt ohne Kaufoption für ein Jahr auf Leihbasis zu den norddeutschen twitter.com-hsv-status-1027216404465025024. Es war zunächst nicht abzusehen, dass Aurel auf den Markt kommt. Als sich kurzfristig die Option aufgetan hat, einen Spieler seiner Qualität zu verpflichten, haben wir zugeschlagen, sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. Mangala besitzt in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2021. In der vergangenen Saison kam er in der Bundesliga 20-mal für die Schwaben zum Einsatz. Am Abend wird der gebürtige Belgier bereits mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Von Sportinformationsdienst Verkaufel 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 Verkaufel